Du, Vater? Ja, mein Sohn? Vater, ich weiß ja, wie sehr du die Menschen liebst. Um eure Beziehung zu reparieren, hast du deine Propheten geschickt und Königen deinen Geist ins Herz gegeben. Aber es hat nichts gebracht. Und jetzt sind die Menschen noch schlimmer dran als vorher. Einige von deinen Propheten haben sie ignoriert, die anderen haben sie umgebracht. Und du willst jetzt, dass ich dich verlasse und darunter steige? Ganz alleine? Ohne dich? Ja, das ist mein Wille. Vater, wenn ich schon Mensch werde, könnte ich dann nicht auch ein weltlicher Herrscher werden? So eine Art Upgrade von König David? So ein weiser König, den alle mögen. So was verstehen die Leute. Damit können sie was anfangen. Alle anderen Völker haben ja auch Könige. Das ist einfach logisch. Nein, mein geliebter Sohn. Für dich habe ich einen anderen Weg vorgesehen. Die Menschen, die haben noch längst genug von Königen und Fürsten. Die unterdrücken ihr Volk und fragen nicht mehr nach meinem Willen. Dein Königtum sieht ganz anders aus. Ich segne jene Menschen, die um meinet Willen beschimpft und verspottet werden und die an mir festhalten, trotz übler Nachrede. Okay, wenn ich also ein Zeichen sein soll, dann doch bitte ein deutliches Zeichen, ja? Sowas Machtvolles, Großes. Zum Beispiel, indem ich mit deiner Hilfe die Römer aus Israel vertreibe. Dadurch erkennen dich alle. Aber mein Sohn, ich wirke durch Menschen, die keine Gewalt anwenden. Ja, sie werden verfolgt werden, aber am Ende sind sie es, die das Land erben. Na gut. Du, Vater, wenn ich schon Mensch werde, dann schenk mir doch immerhin ein geregeltes Leben, ohne viel Chaos und Durcheinander. Ich brauche doch in meinem Alltag gutes, gesundes Essen, wenn möglich Fairtrade und Bio. Ein weiches Bett und alle zwei Tage einmal duschen wäre auch super. Ach ja, und feste Arbeitszeiten mit Überstunden nur in Ausnahmefällen. Und wenn Menschen versuchen, mir Böses zu tun, dann schickst du deine Engel und die kämpfen für mich. Richtig? Nein, deine Lebensumstände werden andere sein. Du wirst in schwierigen Verhältnissen geboren, in Armut und Lebensgefahr. Aber du wirst nicht alleine sein, denn ich bin denen nahe, die mir demütig und bescheiden begegnen. Sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und ich versorge sie mit allem, was sie brauchen. Okay, Vater, meinetwegen. Ich opfere also meine Göttlichkeit, meinen Status, meine Macht und meine Absicherung. Das ist also der Deal. Richtig? Nun, mein Sohn… Also ich gehe dann dahin und mache einen Plan, wie ich der Reihe nach systematisch die Synagogen abklappere. Ich werde darauf achten, dass auch keine Krankheit auf meiner Liste fehlt. Ich werde alles heilen. Dank meiner sauberen Planung bräße ich auch keine Bevölkerungsgruppe. Und am Abend hake ich dann ab, was ich am Tag geschafft habe. Das ist der Deal, ja? Nein, mein Sohn, so läuft das nicht. Ich werde zu dir reden und du wirst meine Stimme hören und voll Freude tun, was ich dir sage. Nicht durch deine eigene Begabung, sondern durch deine ganze Hingabe wird man meine Kraft und meine Weisheit erkennen. Selbst deine Niederlage werde ich in meine Erfolge verwandeln und in deiner Schwäche werde ich stark sein. Aber ich bin doch dein Sohn! Ich komme doch als dein Stellvertreter! Ach, mein Sohn! Ich segne die Menschen, die ein reines Herz haben, denn sie werden mich, den wahren Gott, persönlich kennen. Du wirst gehorsam lernen, dich selbst verleugnen und ein Diener sein. Du bist der Höchste, doch du wirst der Niedrigste werden, ein absoluter Niemand, ein Nichts! Das ist doch widersprüchlich! Warum soll ich das tun? Wem ist denn dadurch geholfen? Du, mein Sohn, bist es, der als das perfekte Beispiel, als ein Vorbild vorangehen soll, um dadurch den Menschen den Weg zu mir zu zeigen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gott, der den Menschen dienen möchte. Ich weiß, es wird dich alles kosten. Ja, alles. Na gut, Vater. Ich mache es. Für dich, für diese Menschen. Aber wie soll ich das schaffen, so ganz ohne Superkräfte? Was mache ich, wenn ich versucht werde? Wie verhalte ich mich, wenn die Leute gegen uns sind? Wie ertrage ich Hunger und Durst? Wie schlage ich mich durch, als ganz normaler Mensch? Mein geliebter Sohn, ich werde dich leiten und dir Kraft geben, von Anfang bis zum Ende. Hab keine Angst. Alles wird gut. Mein Sohn, vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich muss mich nicht, dass ich mich, wenn ich her bin, wegen dem Brief. Ich muss mich, wenn ich mich, dass ich mich nicht hier habe, und ich bin, dass ich mich, in der Lage bin, liebevolle Beugung ... ... ... ... Vielen Dank.